Der Emden-TV-Adventskalender präsentiert von der Sparkasse Emden. Heute mit Dorothea Oli Visarius und Matthias Visarius. Durch die Blätterreise lädt der warme Sommerwind. Zu ihren Füßen singt ein blutes Vögelein. Schlaf, Kind, dein Süße. Schlaf, Mut, ein. Gold ist dein Lächeln. Gold ist dein Lächeln. Gold ist deines Schummels Lust. Liegt ein blödes Köpfchen fest an deiner Mutterbrust. Schlaf, Kind, dein Süße. Schlaf, Mut, ein. Schlaf, Mut, ein. Schlaf, Mut, du Himmelsgnade. Schlaf, mein, mein Jesuskind. Schlaf, Kind, du Himmelsgnade. Schlaf, Mut, 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 du Himmelsgnade. Das waren Dorothea Oli Visarius und Matthias Visarius von der Musikischen Akademie in Emden. Das war Marie Wiegenlied aus den schlichten Weisen Opus 76 von Max Reger. Das war der Emden TV Adventskalender heute. Denken Sie dran, unsere Spendenaktion aus Emden für Emder Kinder läuft weiter. Spenden können Sie über das Spendenportal der Sparkasse Emden. Ihnen allen schönen Tag, bis morgen. Spenden können Sie über das Spendenportal der Sparkasse Emden.